Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich Willkommen zu meiner Filmbewertung zu dem Film Renfield. In diesem Film geht es um Renfield, gespielt von Nicolas Holt, den man zum Beispiel aus The Menu kennt. Der schließt einen Pakt mit Dracula und dieser Dracula wird gespielt von Nicolas Cage. Den kennt man natürlich aus Massive Talent. Renfield soll für Dracula immer neue Leute ranholen, die er aussaugen kann. Dafür bekommt Renfield jedes Mal, wenn er Insekten isst, übermenschliche Kräfte. Ja, aber mit der Zeit gefällt Renfield seinen Job nicht mehr so gut. Und er ist auch bei so einer Selbsthilfegruppe, wo es um toxische Beziehungen geht. Aber er ist da relativ passiv. Hört sich das alles an hier und da schmeißt er auch mal ein paar Wortfetzen rein. Aber er möchte noch nicht mit der Sprache rausrücken, was bei ihm nicht stimmt. Sehr gut, wenn du sagst, mein Chef ist Dracula und mit dem bin ich nicht so zufrieden. Ich glaube nicht, dass das den Leuten so schmeckt, dass sie ihm das so abkaufen. Ja, eines Tages kommt es aber zu einem Zwischenfall, wo die Polizistin Rebecca involviert ist. Die wird gespielt von, ich spreche den Namen 100%ig verkehrt aus, Afka Fina. Und die kennt man zum Beispiel aus den Shang-Chi-Filmen. Ja, die sieht dann auf einmal, dass bei diesem Zwischenfall Renfield Dinge macht, die übernatürlich sind. Und ja, sie wort dann halt mal so ein bisschen nach. Und ja, Renfield möchte da anfangs auch noch nicht so wirklich rausrücken, was da so alles Sache ist. Aber irgendwie haben Renfield und Rebecca doch ein Auge aufeinander geworfen. Und eines Tages sagt er ihr, was bei ihm los ist. Und ja, sie glaubt ihnen erstmal kein Wort. Aber irgendwann glaubt sie ihnen dann tatsächlich und sagt ihnen, ja, löst sich doch von Dracula und dann wird alles wieder gut. Und was Dracula dann irgendwann mitkriegt, dann gerät alles ins absolute Chaos. Ja, also dieser Film ist eine Horror-Komödie, wie man sie besser kaum machen kann. Die Schauspieler sind absolut top. Die Chemie zwischen den Schauspielern ist absolut top. Also wie Nicolas Cage hier den Dracula spielt. Leute, 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 ich hab mich bepisst vor Lachen, ey. Und auch Renfield spielt auch wirklich diesen absoluten, unsicheren, devoten Typen, der auch wirklich so kaum Anstalten macht, mal irgendwelchen Widerstand zu geben. Der Film nimmt sich auch wirklich nicht ernst. Deswegen ist Horror-Komödie schon wirklich passend. Ein bisschen Splatter ist da auch drin, aber wirklich alles sehr, sehr, sehr übertrieben. Sodass das dann jetzt nicht ist, oh mein Gott, das ist jetzt wirklich heftig oder so. Sondern es ist eher so, oh mein Gott, das habt ihr jetzt nicht wirklich gemacht. Geil, ey. Also so in diese Richtung geht das. Aber der Film macht schon wirklich richtig Spaß, den zu gucken. Und da solltet man jetzt auch wirklich ein bisschen Tropf abschalten und einfach sich nur unterhalten lassen. Und nicht alles da jetzt so genau hinterfragen oder alles so hundertprozentig für wahre Münze nehmen. Sondern einfach angucken und genießen. Und man hat wirklich schon sehr viele tolle Momente dort kreiert. Und auch so, dass Renfield und Rebecca da so ein bisschen Auge aufeinander geworfen haben. Und die ihm dann da so ein bisschen unterstützt. Das ist schon recht cool gemacht eigentlich. Aber man sollte jetzt von dem Film jetzt alles andere als irgendwelche, als Tiefgang erwarten. Denn der Film hat jetzt keine große Tiefe. Der Film ist einfach nur Unterhaltung pur. Ohne großen Tiefgang, aber doch genial umgesetzt. So dass der Film auf jeden Fall schon Spaß macht. Aber wie gesagt, man sollte da jetzt nicht so viel erwarten. Und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Tourenbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop, alles was ihr braucht. Ja, da sind wir wieder. Ja, wie gesagt, der Film ist eine Horrorkomödie und genau das ist er. Er ist eine Horrorkomödie. Der Film macht Spaß. Der Film hat wirklich, also die Charaktere wurden wirklich super geschrieben. Und ja. Das passt alles hundertprozentig so, wie es da ist. Natürlich ist der Film komplett drüber. Der Film ist teilweise ein bisschen sehr bescheuert. Aber der Film soll ja in erster Linie Spaß machen. Der hat jetzt keine Tiefe. Auch wenn die Charaktere wirklich Zeit haben, sich so ein bisschen zu entfalten. Hat der Film jetzt nicht wirklich die wirkliche Tiefe. Sondern der Film macht einfach nur Spaß. Und somit gebe ich dem Film 4 von 5 Totenköpfen. Bei Nicolas Cage als Dracula ist es einfach nur genial. Der Film macht einfach nur Spaß. Der Film hat hier und da auch seine Splatter-Momente. Und ja, Horrorkomödie passt schon ganz gut. In diese Genre passt der Film sehr gut rein. Ja, das war die Filmbewertung zu Renfield. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann drückt doch mal den Abo-Button. Und schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Da sind ein paar interessante Links, durch die ihr mich unterstützen könnt. Und wo ihr auch von profitieren könnt. Ja, das war die Filmbewertung zu Renfield. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.